Herzlich Willkommen zu Let's Play Mario Kart 8 Jellax Online Dem neuen Geist-Netz-Player auf meinem Kanal Und das wurde auch ein bisschen editiert hier Das kann ich euch sagen Und weil ich keinen Bock habe online allein zu fahren Habe ich die Geist-Person auf YouTube dabei Boi Leute, ich bin durch den Rauch am Schar Den mögt ihr ja alle Und ich, was mache ich hier? Ich meine, ihr klickt ja das Video an, weil ich auf dem Fun Day bin Nein Ich wäre fast gegen Pepe gefahren, da wäre ich um Arsch Ich sagte doch Du bist ja im Arsch Junge, König Buhu, verpiss dich Ach ja, übrigens noch ein Schweizer, der war so glücklich an meiner Seite Ich meine, Schweizer ist mega geil, Alter Nein Du hast 4.000, ah! Ja, ha, ha, ha Damn, it feels good to be a Gangster 100 nur, man Piranha und 3 rote und ich bin hinter dir Ja Ja Der ist weiter gefahren, der ist weiter gefahren Der Arsch Ja, und der auch Schachy, komm Nice Drei Pilze Wenn ich Schachy komm Wenn ich Schachy komm, nicht Drei Pilze Drei Pilze Nice Erster Ja Guter Start Und ich vor dem Ziel Ja, ja Ja Komm, wie nice Komm noch Futter Ja, okay, Leute, ich bin dritter geworden Ja, dritter ist doch auch gut Und der hat wieder gehackt, da mit seinem scheiß Bike Das ist nur noch aus und driftet, weil es zu inkompetent ist Ja, Leute, was? Ich habe einfach die Hälfte von PP, aber Och, der andere Schweizer, was macht der auf dem 7? Ich weiß nicht, dass die Besten Nee Die zwei Besten Hahaha Oh nein Oh, jetzt mach ich rein Die zwei Besten Hahaha Und der ist der Erste? Ja, ja, die, 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 die Rutsländer Keine Ahnung Die Österreicher sind auch noch gut Okay Aber nicht die Deutschen da Nicht die Deutschen im Norden Ja, die Promenade Ja, im Norden In den Norden Neue Runde, neues Glück auf Vulkan-Grollen Ich starte als Erster Ach nee Haben einen kleinen Vorteil Ja, und da ist einer drin, der null Punkte hat und kein Und, 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 und ein Mie Der Mie hat ein geiles Face Der hat null Punkte, PP Ich bin vor dir, ich bin vor dir, tschüss Oh mein Gott Tschüss Du hast gecheatet Haha Nein, nein, nein Ich hasse Uh Junge, weg von PP Hey Mein ZR-Knopf geht nicht mehr Mein ZR-Knopf geht nicht mehr Oh, ohne Witz jetzt Ich kann nicht mehr drücken Nice Items, setzt du mal die Items ein, Junge Jetzt ist der andere Schweizer Erster Die Gäme, mein ZR-Knopf ist hoch Der andere Schweizer ist jetzt Erster Vergesst die Items, Leute Ich kann nicht mehr drücken Hey, ne Ich darf schon mal Arka, ne Nein, mein ZR- Digger, was ist los hier? Ich brauche ein, dass das Gewässchen ist Hahahaha Deine Mutti Du kannst doch El benutzen Hahahaha Wieso raucht es? Hahahaha Deswegen ja Ich sag nur eins Wenn ich das gewinne, dann lache ich's Ja, jetzt werde ich wieder mit zwei Roten Panzern abgeballert Ja, genau Ich sag einfach jetzt allen schon mal Wenn ich hier jetzt wirklich mal Erster werde Dann müsst ihr mir alle Lutscher nach Hause liefern Mach ich Ah, das ist der, den Tiergebers beschreibe Ja, genau Hahaha Es klaut mir noch ein Buhu, mein, mein, mein Item Ich glaube ich bin Und ich habe die meisten Münster auf diesem Planeten Es geht immer noch nicht Es geht immer noch nicht So, in der Pause werde ich dann kurz meinen Cheukons schlagen müssen Was den Scheiß Nein Ich habe den noch so gut eingeholt Aber egal, zweiter ist okay Also ich hätte das Rennen Ja Ich hätte das Rennen easy gewonnen Aber nee, nur dritter Hahaha Nur ohne Items Hahaha Ach, ich müsste neben dem Fahrer nebenan stehen So, ohne Item sind gefahren Genau Und der kaputte Linker Cheukon Sowas in der Art Gutes Date, mein, mein Linker Cheukon ist immer noch tot Hahaha Du hast ja Ja Achso, ohne Anfangen geht es auch hier Wie gehubt man? Wie gehubt man? Mit ZL Okay, ist tot Hahaha Ich gehe nicht Ey, ne, Leute Ich, ich habe mir Verpasst nicht Nee Auf einmal denkt sich mein Controller Ich habe jetzt keinen Bock mehr Ciao Was? Pepe? Gehoren? Nee Herr Bock Ciao Ich drücke überall auf die ZL-Taste drauf Auf jeder Seite Aber es passiert nichts Pepe, danke für die Pilze Pepe, danke für die Pilze Ja, 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 der Ludi Was? Ja, ich kann Pilze nutzen Die liegen am Boden Nein, nein Nein, nein Nein Nein, nein Ich wurde auch abgeschossen Immer Immer, wenn du abgeschossen wirst Junge, was geht hier ab? Was geht hier ab? Kurzes Statement Der, ähm Der mit kaputten Cheukon ist letzter Tiergeber bei Linken Der dürftet gar nicht und ich merke es nicht Ja, vor dir Oh, ne, Alter Das war ich nicht Ich Wenn diese Aufnahme... Ja, Kugel Willi Kugel Willi mit Sechster Kugel Willi mit Sechster Kugel Willi mit Sechster Halt's Maul Tschüss Halt doch offiziell das Maul Fünfter Ach, halt's Maul Ich hab Kugel Willi bekommen, weil ich Markard beladet hab Leute, ich bin auch vertraut Letzter Danke dir für die Minuspunkte Jetzt geht dann wieder Cheukon So geil Kurzes Statement Mein Cheukon geht wieder Hahahaha Und ich weiß nicht warum, aber Lustigerweise, wenn ich's an die Konsole stecke, geht's Geht der Knopf wieder Wenn ich's wegnehme, geht nicht mehr Damn, it feels good to be a gangsta Ey, dann geht's, dann ist es gegangen Und ich hab's dann an den Grip gemacht Und es ging alles perfekt Jetzt geht's wieder Kann ich... warte Ich kann hupen Oh mein Gott Also kann ich Items ersetzen Easy win Yooo Wow, scheine Wie viel rennt machen wir eigentlich? Tausend 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 Stachy, komm Ja Was? Was ist der Arsch? Ja, da kommt... Ja, ich sag's doch, wenn man den Stachy-Ruf macht, dann kommt der so direkt Verpiss dich Schau wie gut ich jetzt bin Mit Items Tschüss Was? Da lag die Banane, weil ich auf dem Rückspiegel geguckt hab Nein, 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 fahr, 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 Junge Ja, ja Ich bin ja melden Tschüss Münze, Münze, ja Nintendo, du auch Münze Tschüss Ach aus dem Maul Komm schon, komm schon Lache, wenn ich jetzt noch gewinne Tschüss Ich jetzt sehe Komm, 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 komm Noch selber getroffen Ich weine Ich weine Ich weine Ich weine Ich bin hier Ich weine Bist du Vater? ein millimeter vollziehen zweimal getroffen wort und vierte war das war eine banane ich will mal geld zurück da würde ich sagen was ich fand das bleibt das war die erste online folge pferd ist auch gebock wäre ich auch nicht ich gehe tschüss und ja das soll naja ich werde es jetzt irgendwie editieren damit es richtig geil ist dann ist richtig gerne 1000 abos und dann es war eine richtig geile folge haut rein bis zum nächsten mal und schaut nicht bei pp vorbei abonniert ihn auch nicht tschüss